Ja, das habe ich aber auch früher gemacht, Lucky. Ich glaube, meinen ersten Kontakt mit solchen Seiten hatte ich auch schon mit 13, 14. Okay, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen. Das hatte ich doch auch mal auf Dark. Ich finde es lustig, dass ab und zu Level doppelt so kommt. Das Ding ist, ich habe schon verloren. Genau, am Ziel, okay. Ah, das ist schwierig. So, jetzt länger warten. Meine Güte, ist doch nicht so schwer, Mann. Ist doch nicht so schwer, Mann. Oh, ich weiß, wie das Level geht. Oh, nice, okay. Ich habe nicht gedacht, dass das im First Try klappt, aber... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe damals auch Viren so auf dem PC bekommen. Weil ich damals noch so rumgeklickt habe einfach. Ohne mir Gedanken zu machen, oh, das ist jetzt ein böser Link. Aber es gibt ja auch theoretisch Leute, die sich dann mit jemandem auch noch treffen oder so. Da wird es dann halt sehr gefährlich. Nice Shell Jump. Und weiter geht's. Ich habe eine Bandschaft Pause. Oh ja, ich finde das ganz gut, Lenus. Oh. Äh, doch, ich muss die an die nehmen. Äh, was ist das denn jetzt? 1,17. Okay. Was ist hier los? Das sieht wie ein Death Exit aus. Hm. Hol mir mal einen Schlüssel. Und dann gucken wir mal. Was es hier so gibt. Oder ist es halt eine Falle da hinten? 1 von beiden Wörter sein. Oder ich muss da hinten hin für Einschlüssel. Das ist auch okay. Ich bin, glaube ich, wieder da. Oh mein Gott. Fast Punkt Mitternacht. Ja. Als ob das, äh, als ob das so gewollt war. Aber ja gut, jetzt bin ich wieder da. Und, go. Jetzt kann es natürlich sein, dass die, dass die Lurker, sag ich mal, rausgepickt wurden. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Okay. Aber an sich, äh, will ich eigentlich eh auch nicht so viel machen. Ich will eigentlich offline gehen. Irgendwann. Und, ja. Vielleicht war das jetzt so der Anstoß. Aber noch bin ich live. Noch bin ich live. Heißt natürlich, äh, so ein Absturz ist immer doof, ey. Aber, ja. Es gibt schon immer, Dinge. Und, Marvin. Du heißt Marvin. Danke dir. Für dein Follow. Und herzlich willkommen. Und ja, generell willkommen und hallo. Oh, und es freut mich auch, dass so viele neue auch heute hierher gefunden haben. Und, oh mein Gott. Okay. Ich will eigentlich offline gehen. Das kann sein, ne? Dass das mit 0 Uhr zusammenhängt. Gegen Dienstmahl. Das kann sein. Ich hatte schon sehr lange keinen OBS-Crush mehr. Deswegen. Weiß ich nicht. Und ich meine, ich stream ja auch sonst eigentlich immer. Nach 0 Uhr noch weiter. Und daher. War das jetzt schon so ein bisschen, ein bisschen komisch war das. Aber. Bin wir da. Naja. Krass, das schon. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder da. Ja, Pause. Jawoll. Geh nehm ich mal mit. Warum nicht? Und Moxin, willkommen im Stream. So, Troms Cove. Was hat man für den OBS ist vorbei? Oh, ich hoffe, jetzt passiert kein Crash mehr. Ah, die Leute sind noch da. Das ist cool. Von daher. Nice. Ich glaube, ich war auch nur so 10 Sekunden weg. Oder 15. Ich weiß es nicht. Könnte man theoretisch mit Live-Split überprüfen, weil das lief ja die ganze Zeit. Okay, los. Cool. Das hört. Stimmt, ich muss mir dann immer auch Video-Titel-Namen überlegen. Oh Gott, das wird, glaube ich, das Schwierigste sein. Wenn ich die Videos dann auf YouTube bringe. Extra Titel überlegen, ey. Ich glaube wirklich, dass das das Schwierigste wird. Aber andererseits, ja, meine Titel sind jetzt eh nicht die besten. Ich denke, das ist das schon okay. Denke, ich misse hier. Oh ja. Klasse Auto Level. Oh mein Gott. Oh, okay. Auto Level sind immer hart. Stimmt, ich muss mir eigentlich immer parallel, während ich so die 10 Level mache. Ich muss mich eigentlich schon parallel irgendeinen Level-Titel oder irgendeinen Video-Titel mir überlegen. Ja, Parada, ja, Parada, ja, Parada. Habe ich Toleranz? Ja. Okay, ich brauche keine Triple-Jumps. Und auch keine Spin-Jumps. Okay. Aber ich finde es halt so richtig geil, wie viele am Start sind, ey. Das finde ich richtig geil. Und ich kann mich da immer nur wieder bedenken. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, okay. Das war fast gemein. Ja, und hier macht er jetzt kein Set hin, weißt du? Ja, das ist kein Hebrus Level sein. So, einmal macht das hin und dann macht das nicht hin. Täglich ist, glaube ich, zu viel. Also, alle zwei Tage? Das kann man machen. So, immerhin einleben. Okay. Juh. Aber wir haben jetzt weniger Leben als noch zu Anfang. Und ich will eigentlich nichts zu weit runterfallen von dem Leben her. Ich will nicht in diese kritische Phase kommen. Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich irgendwann in diese kritische Phase kommen. die Frage ist, wann. Aber es soll nicht heute passieren. Oh, das scheint ein gutes Level zu sein. Okay. Okay. Der Herzrhythmus. Das ist klar. Das ist eine coole Idee. Oh Gott. Super. Oh mein Gott. Okay. Okay. Das selber gefällt mir. Der 11.000. Dann habe ich Content für, für 200 Tage. Wenn ich alle zwei Tage hochlade. Ja, tatsächlich. Also man, man kriegt da wirklich sehr schnell Content zusammen. Und ja, mal gucken, wie aufwendig die Videos sind. Aber vielleicht habe ich mir da schon so ein bisschen zu großes Brett reingemacht. Aber ich denke mal, das passt schon. Oh, ich finde das Level gut. Ich mag das Level. Aber wahrscheinlich kommen jetzt noch Herzrhythmusstörungen dazu. Oder ich bin einfach dumm. Und ich kriege keine Fehler mehr, oder? Ich kriege keine Fehler mehr. Nee. Äh, okay. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Aber es sollte trotzdem gehen. Meine Güte. War ich mehr kein Familienplan? Ja, hier wäre wahrscheinlich noch eine Fehler gewesen. Aber wir kriegen können. Oder hier. Leben. Also, das wird mega gut. Das ist richtig gut. Jetzt. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, der Rhythmus ändert sich noch. Oder ein ein Kupferling. Okay. Das geht natürlich auch. So. Aber auf die roten Plattformen gehe ich gar nicht. Da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Okay, nice. GG. Nice, man. Oh, und die Munze war, ja, die Munze war ein bisschen blöd, weil jetzt habe ich nur noch Sub zu munzen, aber ist an sich okay. Kann mich nicht beschweren. Das war ein sehr, sehr geiles Level. Das war richtig, richtig gut. GG, vielen Dank. Wir haben schon 20 Level wieder. Speedrun. 20 Level in unter 50 Minuten. Das ist eine ziemlich krasse Pace. und natürlich knall ich dagegen. Natürlich. Okay, let's go. Oh, das ist oh mein Gott, ich habe ja Zeit. Ich habe ja unendlich viel Zeit quasi. Das ist ja nicht mal ein richtiger Speedrun. Okay, okay. Let's go. Kann das in 20 Sekunden schaffen? Das ist krass. Wir müssen ja jetzt eigentlich das Ziel kommen. Jetzt. Okay, bei dem. Nice. Sehr schön. Machen wir noch nochmal 10 Level? Oh, ich glaube, ich mache noch mal 10 Level, Leute. Äh, ja. over. Ja. Bis zum nächsten Mal.